1994 erlitt die Tabakindustrie während einer Anhörung im Kongress ihre schlimmste Niederlage. Sieben Manager der Zigarettenindustrie wurden gefragt, ob sie eingestehen würden, dass Nikotin abhängig macht. Die Konzerne hatten das bereits 25 Jahre zuvor heimlich erforscht. Glauben Sie, dass Nikotin abhängig macht? Nikotin macht nicht abhängig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017